Ich bin so gespannt. Ich bin gespannt, ey. Ey, das ist, ich würde sagen, Typ Ü60. Glaubst du nicht? Irgendwas Ü60, ein bisschen älter schon. Den Schweiger. Den Schweiger. Oder? Der Schweiger. Lachen, blöd. Der Schweiger. Der Schweiger. Wow! Wow! Was hat er da? Was hat er da? Was hat er da? Oh Oh Das war ja Elvis Du hast ja ein Elvis-Tambra Wo hast du das her? Ich bin ja schon Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine tolle Erfahrung Ich bin jetzt 74, ich hab schon mal gemerkt wie es im Sarg ist Es riecht nach Chips Es riecht nach Chips, es riecht nach allem Es ist unfassbar Aber es hat einen riesen Spaß gemacht Das Ding ist wahnsinnig schwer, aber es ist irre Wenn du einmal drin steckst, ist dir an sich alles egal Ja, das ist unser Konzept Ich hätte auch noch vier Stunden machen können Das Gute ist, zum Finale bist du ja wieder da Ist wahr? Ja sicher Ach wieder da drin? Ja natürlich Du musst das Kleingedruckte lesen Aber du hast schon so viel gemacht in deinem Leben Auf der nach oben offenen Hugo-Skala Wo ist Couch-Potato ungefähr anzusiedeln? Ja, da muss ich noch überlegen Die Antwort ist Top 3 Ja, auf jeden Fall Als man mich gefragt hat, hab ich erst gedacht Seid ihr wahnsinnig, ich überlebe das nicht Und dann haben alle zu mir gesagt Doch du überlebst das Und ich hab's überlebt Er hat es überlebt Und wie? Du warst sensationell Jetzt wollen wir dich noch mal hören Hugo, Ego und Meier Du musst doch mal ne Runde Natürlich Na klar Hugo, Ego und Meier Guan und Meier Gosp! Nou Um Ah, who you gonna call? Joe Huffman! An invisible man sleeping in your bed. Who you gonna call? Joe Huffman! I ain't afraid of no ghost. Ah, who you gonna call? Joe Huffman! Who you gonna call? Joe Huffman! Hugo, Egon, Walder! Magtausche-Proteto! Hugo, großartig! Hallo! Das ist Vivi! Ihr habt gleich schön... ...meine Aftershow, das Vergnügen. Das wird auch herrlich, das freu ich mich auch drauf. Ich freu mich natürlich auch auf die nächste Mastinger. Nächsten Samstag hier, Willnerrach, live auch wo sieben. Vielen Dank an Paulina, vielen Dank an Rick, vielen Dank an Rick, vielen Dank an Rick. Max, danke Vivi, it's your stage, Hugo, Egon, Walder, großartig! Dankeschön! Ciao, tschüss aus Köln! Du kannst von unseren Masken und unseren Auftritten nicht genug bekommen, dann klicke hier. Oder abonnier doch gleich unseren Kanal, um kein einziges Video zu verpassen. Ich würde es tun, da unten. Außerdem kannst du hier nochmal alle Folgen in Ruhe auf Join ansehen. Danke! Danke!